Hallo und willkommen! Dies ist ein Lernvideo zum Thema Ladungserzeugung. Mein Name ist Philipp und ich will euch diesmal erklären, wie man Gegenstände und Objekte elektrisch laden kann und was diese Ladungen für interessante Phänomene aufweisen. Am Ende werdet ihr dann verstehen, wie man akroskopische Ladungsdichten erzeugen und interessante Experimente damit durchführen kann. Ihr solltet zwar im Vorfeld schon etwas über Atome und elektrische Ladungen wissen, aber zu Anfang werden wir die groben Grundlagen nochmals wiederholen. Danach schauen wir uns ein paar leichte Experimente an, wie auch ihr zu Hause bei euch Ladungen erzeugen könnt. Wir werden hierbei speziell auf die Trennung durch Reibung und die Influenzmethode eingehen. Am Ende werden wir beide Prinzipien kombinieren und so einen verblüffenden Trick konstruieren. Doch beginnen wir von vorne. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Um攻 student, Lo membresen wir unseren록 Probiere es am besten zusammen mit den COOL-Tutor, sek inevit integerкое bei dir, er wird es leicht erfolgreich bekommen. www.sofatutor.com